Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe euch geht es gut. Heute vom 13. Tag des Mozembers und ich habe heute etwas ganz Besonderes überlegt und ich bin auch nicht alleine. Man sieht es schon. Mein Vater ist nach sehr sehr langer Zeit wieder dabei. Ich glaube, er war jetzt auch ein Jahr oder so nicht mehr dabei oder mehr als ein Jahr. Und habe mir gedacht, das passt jetzt eigentlich wieder ganz gut. Und ich wollte eigentlich ein anderes Video drehen, aber es war doch nicht ganz durchdacht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir heute auf etwas reagieren. Und zwar kennt den YouTube-Kanal, denke ich mal, jeder von euch. Und immer wenn er ein Video rausbringt, dann muss jeder darauf reagieren, weil es einfach wahnsinnig gut produziert ist und wahnsinnig flasht. Also genau, heute mal die Reaktion darauf. Also es geht ja praktisch um ein Fahrrad-Video, aber das ist etwas heftiger. Ja, das weiß ich gar nicht, um was das geht. Genau, du weißt es noch gar nicht. Und genau, da werden wir jetzt darauf reagieren und es ist immer sehr heftig. Also der YouTuber, würde ich mal sagen, heißt Fabio Wiedmer und der macht immer so ganz crazy Dinge. Zum Beispiel, der springt von Hubschrauben mit dem Fahrrad und sonstiges. Bestimmt. Und da werden wir heute mal drauf reagieren und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie das Ganze jetzt, ich habe das Video selbst noch nicht gesehen, also was alles hier uns erwarten wird. Genau, und dann legen wir auch los. Allein der Clip ist jetzt schon aufwendig mit meinem ganzen Kanal. Den kenn ich noch nicht. Ist das der Name oder was? Genau. Hat der ein guter Gefühl für sich genommen, das war jetzt meine erste Reaktion. Genau. Und weiß der Name, was er da tut. Genau. Also jeder mal das, sollte man niemals in seinem Leben trauen. 10.000 Top-Rows, irgendwo versteckt. Ja, ganz in die Kamera drin. Jo, alles klar, Junge. Als wenn der da drüber fliegt. Also wenn du ins Dorf hobby fährst, machst du das nichts? So. Schon, oder? Ja, schon. Klar. Bis jetzt kann ich nichts Auffälliges entdecken. Alles klar. Irgendwann will der da oben hin, wann hier bleibt. Ja, du weißt, da musst du die Stadt den Ast wieder wegrennen. Das ist ja... Nein, ich habe nicht. 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 Wenn der was abbricht. Ja, Junge. Und sonst vernummern darf ich eigentlich. Ja, ich habe nicht zerfetzt. Hast du das gesehen? Ist er da auch schon vorbeigefahren oder was vorher mal? Oder ist er da auch schon reingegrenzt? Ach. Okay. Wow. Der Fußgänger war chillig. Ja. Ich finde es, dass der da jetzt gerade daherkommt. Aha, Schleifwirkung. Genau. Das heißt, Handy am Steuer da, das gibt es gar nicht. Fast ein cooles Oma. Boah, Junge ey. Okay, der hat das gelernt. Wie oft musst du das hinden, dass du das schaffst? Also, wie oft musst du hinfliegen, dass man das schafft? Und? Hast du den Hund mitgekriegt? Alter. Ist ja der Schrubb, gell? Jetzt weiß ich gut, wie man das zugspulen kann. Aber egal. Super Produktion, gell? Also, richtig. Boah. Oh, hart. Also, man merkt, selbst wenn es ihn fast schmeißt, hat er das voll unter Kontrolle. Ja, das ist gut, ja. Wie machen die das? Die müssen die Strecke ja komplett absperren, weil wenn da zufällig jetzt Leute irgendwo sind, dann kann der nimmer bremsen. Keine Chance. Keine Chance. Das muss sicher absperre Strecken sein, also mit Streckenposten. Vielleicht sind es eben die Streckenposten, die da rumstehen, weil das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Boah, Junge. Ja, geil. Boah, ich finde es ja mittlerweile. Der Rabi hat auch schon ab. Ja, ja. Geil. Aber es schaut richtig geil aus. Mal jetzt schon sagen. Ja, man kennt es. Die Sandeffekte echt extrem geil. Nachverton wahrscheinlich. Das ist in Wirklichkeit der Streckenposten. Du hast ja fast gespielt, du hast das gesehen. Ja, klar. Boah. Das Treppen ist Standard, das ist quasi für dich gar nichts Besonderes. Geil. Geil. Drohnenverfolgung. Sehr geil gemacht. Ja. 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 Das sind Statisten, die wären so, als wären die zufällig da. Ja. Aber wieso kein Mensch sowas? Wie ist das möglich? Wie kann ich denn ein Mensch sowas lernen? Ja. Das ist doch krass. Ja, ich würde sagen, extreme Begabung. Super Begabung, super talentiert. Und dann halt von klein auf immer schon, von klein auf immer schon, gefahren. Immer schon. Also praktisch dort ein Kinderwagerl hat der schon Mountainbike gehabt. Ja, von klein. Boah. Vielleicht ist seine Mama auch schon gefahren. Genau. Mit Korb so gefahren drauf. Die hat das gleiche gemacht. Ja. Die haben schon drauf. Die haben die Strecken schon als Begel abgefahren. Ja. Du musst auch erst einmal ein paar Monate lang einfach nur die Strecke anschauen, dass du weißt, wie du ungefähr fliegen musst. Ja. Ja. Und das ist ja auch lang. Ja, genau. Das ist ja auch... Oder halt das Zusammenschnitt. Ist das eine Strecke? Das wäre halt auch interessant. Oder ist das... Boah, das ist auch... Boah, das ist auch... Boah, das ist auch... Du nimmst denn das seit der Steilbahn? Ich meine, das ist ja voll heftig. Ein Ranscht da in der Kurve auslösen. Ja. Das war offen auch beim Motorrad. Aber es könnten auch Zusammenschnitte sein, gell? Also das muss jetzt nicht sein, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ein Clip ist, oder? Das sind doch Zusammenschnitte aus verschiedenen. Ja, absolut. Also weil ich gerade einmal so überleg, das war ja ewig lang. Also... Klar. Das... Das... Das sind... Lauter Einzelclips, die wurden dann zusammengeschnitten. Genau. Dann ist es eigentlich nichts Besonderes nicht mehr. Ja, genau. Das machst du jetzt auch. Genau. Ich kann mir vorstellen, vielleicht zwei, drei Treppen im Schneppentempo. Dann müssen wir es schneller drehen, dass das cool ausschaut. Ja. Oh nein, der muss nicht. Ganz langsam. Oh Gott. Junge Weih! Also das Radl darf ich nicht verlieren, unterm Sprung, weil es jetzt halt ein Problem. Ja. Teile. Ja, okay. Ja, gut. Das ist... Das muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ja schon Standard. In dem Bereich. Boah. Das ist gar nicht gut ist denn. Oh ja. Smalltalk. Ganz easy. Genau. Es wird entführt. Schwarze Lied. Ja. 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 Es ist ja die Zeit группin Führung. Den Turm haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht wo. Ach jetzt kann man... Oh Gott. Oh, das sind jetzt wirklich Outtakes. Ja. Oh Gott. Wenn der ins Schleiern kommt. Oh mein Kopf ist da ein anderer dagegen oder wie? Oh. Ja. Nein. Oh. Okay, es gibt also Situationen. Das habe ich zuerst gemeint, wenn du das Radl verlierst, dann hast du ein Problem. War doch nicht die Uhr abgesperrt, oder wie? Habe ich die Rechte nicht gehabt. Respekt, also richtig cool. Ozenstrahlen, wirklich. Wo ist denn der Herr in der Teleküche? Äh, Österreich, glaube ich. Österreich, in Schweiz. Sensationell. Krass. Ja, Wahnsinn. Ja, also ein geiles Video. War geil. Auf jeden Fall. Boah, Junge, ich bin immer noch komplett geflasht. Wie haben wir sowas lernen können. Wie oft war der ins Leben schon kranker Haus so, dass so ein Video machen können. Also ich würde jetzt auch sagen, wenn der Moral-Fan das jetzt auch machen sollte, genau die gleiche Strecken, dann bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Ja, genau. Bin ich dafür. Ja, ja gut. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und schreibt gerne mal rein, ob ihr mehr mit meinem Vater sehen wollt. Es war jetzt doch schon sehr lange Zeit her, dass er das letzte Mal dabei war eben. China Sisters haben wir gespielt, glaube ich mal. Genau, das war vor Ort zwei Jahre. Sehr geil. Hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Genau. Hast du noch irgendwelche Worte? Nein. Alles gut. Genau. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich bin mal gespannt, welche Gäste da noch kommen. Genau. Und ob sie mich wieder einmal einladen und ob ich überhaupt noch einmal kommen darf. Schauen wir mal, was die Community sagt. Ja, mir hat Spaß gemacht. Von mir aus gerne wieder einmal. Absolut. Jawoll. Also. Frohe Weihnachten, frohe Ostern. Frohe Weihnachten, genau. Wir sehen uns dann morgen. Schönen guten Kurztag. Um 19 Uhr wieder. Genau. Jetzt sehen wir heute ein Video und dann Ciao. Ciao. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder mit einem Special Guest. Ist auch wieder dabei, wie beim letzten Video. Und heute reagieren wir auf Tanzverbot. Und sein letztes Video war ja, meine Reifen wurden zerstochen. Und genau, ich bin gespannt. Wer war das Dungi oder was? Genau. Es war Unge, ja. Unge hat ihm die Reifen zerstochen. Oh je. Genau. Wir werden nochmal auf sein neuestes Video reagieren. Komplett der Schule rastet aus. Genau. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. In der Nacht der Nebelaktion. Das war da ungehebt. Wie schwer ist denn? Ja. Genau. Wir werden darauf jetzt einfach mal reagieren. Jawoll. Nehmen wir los. Und herzlich willkommen zu einem weiteren spontanen Video hier auf meinem Chat. Das ist ein Standardfilm, oder? Weil ich gerade ein bisschen koordinieren wollte. Und ich habe heute Morgen festgestellt, ich mag es zuhause nicht. Und ich will wieder rumfahren. Und deswegen habe ich mir heute ein Reiseziel ausgesucht. Und zwar werde ich zur Insel Fähmann fahren. Mal in der Steckartinie auslust. Boah. Schade drauf. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch andere. Alter, was? Antis. Scheibenwischenwasser. Drei Liter für gerade. Und nach 18 Euro. Ich raste aus. Das ist ja scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Ich raste. Vergiss es. Ausgewogen. Ausgewogen. Boah. Das wäre dann da noch umso schwerer von beim Unge, glaube ich. Ja. Und natürlich wieder komplett klein. Und ich habe mir gesagt, Milch ist Gift. Und er hat jetzt Milchschnitten gekauft. Ja. Okay. Dann wäre das in Umständen gewesen wahrscheinlich.